Die einstige Anarchowährung Bitcoin wird Teil des Finanzwesens in New York. Geschäfte mit der virtuellen Währung unterliegen nun einem strengen Regelwerk. Es begann als Aufstand gegen die staatliche Kontrolle und die Bankenwelt. Nun ist der Bitcoin im Mainstrem angekommen, die virtuelle Währung Bitcoin wird im Finanzzentrum New York geregelt. Mehr als 44 Seiten hat das Bitcoin-Regelwerk des Oberfinanzregulierers Benjamin Lasky. Darin stellt der Staatsanwalt die Weichen für den Handel mit der virtuellen Währung. So sollen für Unternehmen die Hürden zum Handel mit dem Bitcoin deutlich steigen. Die sogenannte Bitleason sie soll alleine bis zu 5000 Dollar kosten. Außerdem müssen Firmen nachweisen, dass sie einen Compliance Officer haben, der die Einhaltung der Regeln kontrolliert. Die Regeln gelten nun für Firmen, die in New York ihren Sitz haben. Die Firmen können aber auch Kunden in anderen Teilen der USA haben, solange diese digitale Währungen nicht ablehnen. Der Bitcoin wurde im Jahr 2008 erfunden, seit 2009 können Internetnutzer damit handeln. Ursprünglich war die virtuelle Währung von Internetanarchisten entwickelt worden. Der Bitcoin sollte eine freie Währung sein, die unabhängig staatlicher Kontrolle und Banken den Zahlungsverkehr regeln sollte. Dabei werden die Bitcoins am Computer errechnet oder mit etablierten Währungen wie Dollar oder Euro gekauft. Notenbanken warnen bisher vor den hohen Kursschwankungen. Außerdem kam es häufiger zu Missbrauch wie Geldwäsche und anderen kriminellen Machenschaften. Mit dem Regelwerk in New York wird der Bitcoin undeutlich sehr lohnfähiger. Für die Bitcoin-Gemeinde ist die Lizenzierung aber ein zweischneidiges Schwert. Denn der freiheitlichen Ursprungside entspricht sie nicht mehr. Außerdem befürchten Kritiker, dass die Regelung vor allem der Norker Finanzbranke entgegenkommt, also den großen Investmentbanken und den Hetke Funds. Untertitelung des ZDF für funk, 2017